Musik Pull up! Musik 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 Ok, Water, wir sind dran Musik 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 Wir müssen uns beeilen Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht Sie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen Sie würde sich ein russischer General nicht mehr begraben lassen Psst, Vorsicht Ich höre zwei, die suchen uns Erledigt Wir sind sicher Verstanden, auf dem Campus stieren und Gelände beobachten Echo 3-1 an Blue Viking 5 Feuer frei, Bereithalten für Zielbestätigung Verstanden 3-1, Viking hält sich bereit Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee Und Fahrzeug kommt durch das Haupttor Mittelschwerer Transportlaster Transport für das Gas Fahrzeug bewegt sich Patrouillenfahrzeug, Söldner Ein Sicherheitsteam, ein russisches Militär Es kann losgehen CIA Blue Viking 5 Echo 3-1 hier Ungeschützte Truppen Südtor Freigabe zum Feuer Roger 3-1 Ziel erfasst Feuer frei in 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Echo 3-1 Gute Wirkung auf Ziel Viking zurück zur Basis Gute Jagd Gute Jagd Besten Dank Viking, wir übernehmen jetzt Gute Jagd Wachtung Mehrere Schützen, zu Fuß ausräuchern jetzt gesichert los weiter da hat wohl jemand mit dem feuer gespielt richtig so Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleibt cool. Durchschlossen. Bleibt wachsam. Wir sind hier abnimmt. Ausrücken. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Er ist erledigt. Roger. Sie sehen sich. Feind Nordwesten. Roger. Erledigt. Er ist ungeschützt. Arbeitst du hier. Jetzt die Dreckung. Jetzt geht es nicht. Er ist ein Schuss. 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 Er hat sich verschanzt. Unterdrückungsfeuer und Raubtach. Warte. Schüpf für die Unterdrückung. Vakiert ihn und schaltet ihn aus. Ausrücken. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Schüpf für die Unterdrückung. Kaut nachKE. Schuhen wirze сем Hobby. Ziel bewegt! Hier ist der Echo! Ich hab' einen bei dir! 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 Der Feuer auf das MG! Ich hab' einen bei dir! Ihr habt' einen bei dir! Ich hab' einen bei dir! Ich hab' einen bei dir! Achtung ins Süd! Ich seh' einen! Der Feuer auf das MG! Ein Licht ist weg ins See! Vorwärts! Verstanden? Achtung ins Süd! Ich seh' einen! Ich habe ein Ziel. Die brechen zum Lagerhaus durch. Gesichert. Das Gas muss da drin sein. Seit denn, wir kommen zu spät. Gesichert. 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 Da könnten Chemikalien drin sein. Masken auf. Auf geht's. Was zum Teufel. Hast du das gehört? Gesichert. Er ist anledigt. Er ist anledigt. Er ist anledigt. Er ist anledigt. Das ist es. Der ist sicher! Alles gesichert! Schalten wir den Strom und das Licht an. Wo ist das? Hey! Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Spetsnaß. 3-1 am Watcher. Barkovs Söldner sind Spetsnaß. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Sehen Sie nach, ob es das ist, weshalb wir hier sind. Wir machen die Laster startklar. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden. 3-1. Einpacken und zurück zur Basel. Verstanden. Freut ihr ab? Anale Station. Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Sichert eure Sektoren. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Torste. Watcher an 3-1. Ich hatt es auf jeden Fall. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. 3-1. Es ist ein Schuss! Seid ihr, ich habe an das Rass. Seid ihr da anfälliert? Ja, nur sie. Die sind nicht, haben wir da. Ich bin der Daraq. Vorab! Daraq, vorab! Eiko 3-1 an, Roger. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefangen. Gas geglaubt. Evakuieren sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ender. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das ist...